Nichts geht mehr. Wie hier in Pattensen bei Hannover sieht es in vielen niedersächsischen Postniederlassungen aus. Laut der Gewerkschaft Verdi streiken 3000 Mitarbeiter in Niedersachsen und Bremen. Ich möchte, dass die Post an ihren alten Statuten festhält und die Arbeitszeit nicht nach hinten verschiebt. Konkret bedeutet das, dass wir nicht in Billiggesellschaften abgeschoben werden. Die Belastung steigt maximal natürlich nicht für mehr Geld. Mittlerweile ist es so, dass wir sogar weniger Geld dafür bekommen sollen durch die neu gegründete Delivery-Firma. Delivery. So heißt das Schreckgespenst, das die streikenden Postler fürchten. Die Post hat Anfang des Jahres 49 Delivery-Töchter gegründet, für die viele neue oder bislang befristet Beschäftigte zukünftig arbeiten sollen. Das bedeutet für die Mitarbeiter mehr Arbeit für weniger Lohn. Sie haben kein Verständnis dafür, dass sie diese Tätigkeit in Zukunft für bis zu 30 Prozent weniger oder in Euro übersetzt jährlich bis zu 5.500 Euro weniger machen sollen. Vier Wochen dauert der Streik nun schon. Kunden ärgern sich über leere Briefkästen, beauftragen die Konkurrenz. Eigentlich kein Wunder, dass die Post mit aller Macht versucht, ihre Mitarbeiter zu überzeugen, wieder zur Arbeit zu gehen. Immer wieder berichten uns Streikende, dass insbesondere befristet Beschäftigte gedrängt werden, sich nicht am Streik zu beteiligen. Die trauen sich natürlich nicht. Gerade wenn der Arbeitgeber sieht, dass die Zeitvorträge, dass die streiken die Leute, die werden meistens dann auch nicht verlängert. Wir treffen einen ehemaligen Postler. Aus Sorge um seine berufliche Zukunft möchte er unerkannt bleiben. Sein Vertrag ist nicht verlängert worden. Zu seiner Überraschung sagt er. Er fragte bei seinem Personaldisponenten nach. Auf meine Nachfrage hin, warum der denn nicht verlängert wird, ob das was mit meinem Streik zu tun hatte, wurde diese Frage ganz klar mit Ja beantwortet. Wie geht's Ihnen damit? Das macht einen natürlich sehr wütend, weil diese Verhältnisse, die im Umgang mit Mitarbeitern bei der Deutschen Post herrschen, sind natürlich so nicht akzeptabel. Das bedeutet, der Mitarbeiter ist nichts wert. Auf Anfrage von Hallo Niedersachsen weist die Post die Vorwürfe entschieden zurück. Die Deutsche Post AG beachtet und respektiert selbstverständlich vollumfänglich das Streikrecht der Beschäftigten. Die Deutsche Post AG lässt keine Kräfte ausscheiden, weil sie gestreikt haben. Doch Betriebsräte bestätigen, dass befristet Angestellte unter Druck gesetzt werden. Bernhard Probian wurde deshalb mehrfach von Kollegen angerufen. Gehst du weiter in den Streik, dann bekommst du keinen Anschlussvertrag. Oder dass Kollegen vor Ort gesagt wird, die also noch am Arbeiten sind. Dass ihnen gesagt wird, also denke dran, wenn du streiken willst oder gehst, dann ist dein Vertrag in Gefahr und der wird nicht verlängert. Wie finden Sie das? Mit Verlaub, das finde ich zum Kotzen, weil hier wird den Kollegen ein Grundrecht verwehrt, das eigentlich allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern offen steht. Der Arbeitsrechtler Rolf Schäfer hält solcherlei Drohungen sogar für illegal. Der Arbeitgeber, vertreten auch durch den Vorgesetzten, darf das Streikrecht der Arbeitnehmer nicht beeinträchtigen. Und mit Drohungen, die haben sowieso nichts zu suchen im Arbeitsverhältnis, aber Drohungen, damit nicht gestreikt wird, das geht gar nicht. Und mehr noch. Die Betriebsräte einer Niederlassung in Braunschweig haben von der Post diesen Brief erhalten. Darin heißt es. Zudem gilt für Betriebsräte, welche Streiktätigkeiten wahrnehmen, ein Hausverbot für alle unsere Betriebsstätten. Kein Zutritt in das Betriebsratsbüro? Bisher wurde das Hausverbot allerdings nicht umgesetzt. Aber Betriebsräte sehen den Brief als klare Drohung. Die Post weist das zurück. Wir sprechen grundsätzlich keine Hausverbote für Betriebsräte aus. Die Post AG fördert die Mitbestimmung ihrer Mitarbeiter. Das gilt auch für die Arbeit des Betriebsrates. Ich bin so eine Art der Auseinandersetzung überhaupt nicht gewöhnt. Persönlich unter Druck gesetzt zu werden, mit Dingen zu drohen wie Hausverbot oder Zutrittsverbot allgemein für Betriebsräte, für Gewerkschafter und ähnliches. Das ist eine Qualität, die ich nicht kenne und die mich entsetzt. Eine schwierige Basis für Tarifverhandlungen. Immerhin laufen diese wieder. Postkunden in ganz Niedersachsen hoffen auf eine schnelle Einigung.